Vor ca. einer Woche öffnete Österreichs größte Diskothek in St. Martin im Müllkreis ihre Pforten. Ihr Name ist Empire. Und wir ließen natürlich nicht lange auf uns warten und waren am 1. Samstag dabei. Saturday Night Fever like United States. Empire, das bedeutet... Riesig! Das ist einfach kein Wahnsinn! Großartig! Und das ist sie, die neue Diskothek in St. Martin im Müllkreis. Auf 2000 Quadratmeter und zwei Floors tut sich einiges. Mega Musik mit Top-DJs. Hallo, ich bin der DJ Werner und wir spielen hier jede Menge Hip-Hop, House, Soul und natürlich auch viel Stimmung, Spaß und Action. Spaß mit angemessenen Preisen. Bei uns gibt es alles zu bringen, ein Cola 32 und ein Bacardi Cola 45. Sensationelle Lichtshow. Ja, unser Lichtanlage hat 50 KW. Wir haben 11 Studiosport. Hier ist Studio Carla, 6 Sauberleut, 14 Technobim, 9 Data Fresh, 4 Quasar. Die Stimmung da ist super und es soll jetzt mal alle vorbeikommen. Echt leuer. Heißte Go-Go's? Wir geben den ganzen Sonnenkick. Wir geben den ganzen Sonnenkick. Das Fenster ziemlich enorm. Relativ einzigartig von der Diskothekgebäude her. Also das Flair da ist wie in New York. Also wirklich ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, was Besseres da gibt, als das Empire da. Kannst du parallel zum Empire State Building in New York finden? Ja, also ich finde einfach die schönste Dimension. Das ist ein Wahnsinn. Alleine, was die Leute einfassen und so. Das ist schon irrsinnig. Also das ist schon einiges. Wirklich beeindruckend. Viel Know-How like United States wurde in dieses vielversprechende Projekt investiert. Ja, seit zwei Jahren haben wir schon geplant eine Diskothek, eine Großraumdiskothek zu machen. Und der Name Empire, der rührt einfach daher durch Amerika, einfach durch die Größe. Das ist eine imposante Erscheinung für mich. Wie sind die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Samstag von 9 Uhr abends bis Open End. Wir bieten natürlich bei der ganzen Diskothek einfach die Live-Shows, die Live-Auftritte und da haben wir spezielle Sachen. Wir wollen natürlich Gruppen und Stars erholen, die noch nie irgendwo in den Diskotheken auftreten sind, speziell in Österreich. Und da sind wir bestreitet, dass wir die herbringen und das machen wir auch in Zukunft. Für dieses Saturday Night Fever nimmt man so manche lange Wartezeiten gerne in Kauf. Und alle Nachtschwärmer sind herzlich willkommen. Für zahlreichen Besuch würden wir uns sehr, sehr freuen. Die neue Diskothek Empire in St. Martin im Müllkreis ist eine absolute Bereicherung für die Szene. Alles bewegt sich, es ist einfach ein Wartezeit. Wie räumig ist es, die Leute sind da. Wartezeit. Allein die Musik und die Leute und die Lüftanlage, wenn man das alles sieht, ist es ihrlässig. Es taugt mir viel. Es passt auch eine große Geschichte, was wir da gemacht haben, die ganzen miteinander. Haben sich voll reingehaut, super. Ich sage es einfach darum. Einfach Empire!